Ich erhalte ja sehr viele Anfragen per Mail, zum Beispiel diese, wie man beim Häkeln richtig zählt, vor allem die Anfangsmasche und die Endemasche, wie man richtig einsticht, so dass die Seiten gerade werden. Und das zeige ich euch nun in diesem Video. Also wir beginnen ja üblicherweise ein Häkelstück mit einer Schlinge, aus der wir die erste Masche bilden. Ich habe hier extra eine dicke Nadel, dickes Garn genommen. In diese stechen wir ein, ziehen den Arbeitsfaden durch. Das ist eigentlich die erste Luftmasche. Die ziehen wir aber fest an, so dass nur ein Knötchen übrig bleibt. Das wird auch nicht gezählt. Und erst jetzt beginnen wir zu zählen. Sagen wir, wir wollen mit zehn Maschen arbeiten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So eine Luftmaschenkette bildet ja so schöne Schlingen, die man gut zählen kann. Du kannst also hier kontrollieren, ob du tatsächlich zehn hübsche Ketten hast. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja klar, natürlich, wenn nicht sich die Lucy einmischt. Also die zehnte Masche liegt hier, hängt hier noch an der Nadel sozusagen. Würden wir nun wenden, um feste Maschen zurückzuhekeln, würden wir eigentlich Maschen verlieren. Daher machen wir eine oder zwei Wendeluftmaschen. Eine ist besser, obwohl ich hier zwei mache. Zeige ich dir später noch. Also eine zusätzliche Masche und in die, also ich mache hier zwei und steche in die dritte Masche von der Nadel weg ein. Das ist jetzt wirklich meine erste feste Masche. Nun in jede dieser Schlingen einstechen, zwei und jeweils feste Maschen häkeln. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja klar, Lucy muss da aktiv sein. So, da sind noch zwei Schlingen übrig. Neun. Und die letzte Masche, zehn vor dem Knötchen. Das Knötchen zählt, wie gesagt, nicht. Nun auch auf der Oberseite bilden die festen Maschen so eine hübsche Kette, wo man bequem zählen kann. Also du kannst es kontrollieren. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Korrekt. Um mit festen Maschen weiterzuhekeln, machen wir eine Wendeluftmasche. Damit wir auf die Höhe der festen Maschen kommen. Nun wird gewendet. Die Lucy ist sehr irritierend da. Also wenden. Und nun ist es wichtig, in die erste Lücke unmittelbar nach der Wendeluftmasche einzustechen. Das ist die erste Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und die letzte Lücke, zehn. Also hier darauf achten, dass du auch die letzte Masche korrekt erwischst. Also der beliebteste Anfängerfehler ist ja, dass man die erste oder letzte Masche übersieht. Und dann werden die Seiten eben schief und die Reihen immer kürzer. So, also wieder eine Wendeluftmasche und gleich in die erste Lücke einstechen. Drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, und oft ist es ja verlangt nach dem Anschlag, nach der Luftmaschenkette, nach den ersten festen Maschen, nach der ersten Reihe, dass man zum Beispiel Maschen überspringt. Das machen wir jetzt. Anstelle eines Stäbchens häkeln wir drei Wendeluftmaschen, um ungefähr auf die Höhe eines Stäbchens zu kommen. Wir wollen eine Masche überspringen, wir machen noch eine Luftmasche. Und gleich diese erste Lücke wird nun übersprungen und in die zweite Lücke häkeln wir ein ganzes Stäbchen. Das machen wir jetzt weiter so. Eine Luftmasche, eine Lücke überspringen und in die übernächste Lücke wieder ein ganzes Stäbchen. Eine Luftmasche, das ist die Lücke, in der das Stäbchen drin steckt, eine Lücke überspringen, übernächste Lücke ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Lücke überspringen, übernächste Lücke ein Stäbchen, eine Luftmasche und auch noch einmal in die letzte Masche. Von oben ist es einfach die letzte Kette, die du in dieser Reihe siehst. So, nun wollen wir, da haben wir jetzt so ein kleines Netz gemacht, und nun wollen wir mit halben Stäbchen dicht weiter häkeln. Für halbe Stäbchen machen wir zwei Wendeluftmaschen, um auf die Höhe der halben Stäbchen zu kommen, die sind ja weniger hoch. In die erste Lücke ein halbes Stäbchen und auf das Stäbchen ein halbes Stäbchen. In die nächste Lücke ein halbes Stäbchen und auf das Stäbchen ein halbes Stäbchen. Lücke, halbes Stäbchen, du kannst doch von oben schauen, wo die Kette auf dem Stäbchen liegt, dort richtig einzustechen. Und wieder halbes Stäbchen in die Lücke, halbes Stäbchen auf das Stäbchen. Und am Ende, wo wir die Wendeluftmaschen gemacht haben, ein halbes Stäbchen in die Lücke und ein halbes Stäbchen auf die dritte Wendeluftmasche. Diese drei Wendeluftmaschen waren ja anstelle eines Stäbchens. So, nun machen wir noch eine Reihe fester Maschen darauf. Wieder eine Wendeluftmasche. Und wieder auch hier in die allererste Lücke einstechen für die erste feste Masche. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Geht ein bisschen streng. Und auch hier die letzte Masche nicht vergessen, die zehn. So, ich mache jetzt noch eine Reihe darauf, damit wir dann sehen, also auch hier kannst du nachzählen. Wir haben wieder, oder immer noch, zehn Maschen. Eine Wendeluftmasche und wieder zurück. Warum ist das so wichtig, was ich dir hier zeige? Eben damit man gerade seitliche Kanten erhält. Denn da wird gerne die erste oder die letzte Masche übersehen. Und dann werden die Teile schief. Und die Reihen immer, die Maschen immer weniger. So, hier siehst du, das ist schön gerade. Bei hier am Anfang, nach der Luftmaschenkette, die zwei Wendeluftmaschen müssen nicht sein. Es reicht auch eine. Da haben wir so ein kleines Zipfelchen. Zeige ich dir gleich. Also, ich würde hier eigentlich nur eine Wendeluftmaschen, wenn ich mit festen Maschen weiterhekle. So, und das habe ich hier noch einmal gemacht, nur um es dir zu zeigen. Also, ich habe am Ende der Luftmaschenkette nur eine Wendeluftmasche gemacht. Und du siehst, es hat ganz gerade Seiten. Die Lucy hat auch ihren Spaß gehabt. Viel Freude damit.